ja wie kommst du meine aufnahme da bist du ich habe den eimer und marcy marcy ist marcus jetzt auch da ja aber eigentlich nicht wir wissen ich wer das ist ja und wir wissen aber wir gehen davon aus dass jeder mars die map ist auf einmal viel besser geworden sie ist nicht mehr dunkel ja wir haben einmal gerade versucht zu spielen und dann hat er mir dass ich gedacht nein mit dem spiel ja bei mir wo ich zu mir gehen da ist ein komischer markus der so typi ja und der dreht sich mit eisen aufgranaten solche boss ist die snipe ganz cool wieso das macht weil er nutzlos ist er hat sich im kreis getreten hat geworfen was los ich weiß nicht da waren gerade raketen dahin ist das fliege ding ich hab keine nein ich sterbe oh man die rakete möglich nicht kann es sein nein komm ich bin nett der andere darf ja der will uns auch nur die eier klauen da ist die schirm sagen die die machen wir kommen okay bam bam deine mama stirbt deine mama stirbt ja hast du was gegen seine mama das war nicht gut wuuh alter was mir ruhig jetzt dreckst du dich an tschüss das ist natürlich jetzt doof ich mach den boss dann kaputt oh fuck oh nein die zeit wir machen gerade auch master commentary ich merke ich will mal eier los ich auch nein du Hure ja ja das ist das schlimme wenn es so ein spiel da ist wie Sploodoon und man ich mein online kann man wenigstens sagen ja ich spiel jetzt scheiße ist egal nein leun du suchst da ran ja das ist die E-Liter die ist ganz schön die ist so ziemlich die die ist jetzt weiß oh ha das kenn ich nicht das ist neu ich hab Angst wo bin ich wer bin ich und was ist geschehen wo ist der nächste Boss und da ist der eine im Boden drin und macht nichts da ist ne Wolke ja wo kommt das au ich hab die ach so ich hab andere Waffen ich seh den Gegner ja hier ich snipe ihn gleich wenn er sich umdreht bis dahin bin ich ja wahrscheinlich tot ja getroffen Junge ich bin der beste Sniper der Welt ja LAL oh hier was seht ihr so wenig alter toll Markus ist schon wieder tot der ist auch nutzlos schau ihn dir an GRANATEN ich hörte ihn mein wenigstens hab ich Markus wieder überlebt dann klauen wir aber nicht das Ei bist du ich auf einmal hier leuchtet jemand cool Eier wenn ich sie abgeben wenn ich mein Ulti hab ja kannst du es für dich cool äh hier ist ein Mongo verdammt verdammt das war grad hoch super hat niemand was gesehen toll der ist so ein dicker sehr schön bam hier leuchtet irgendwas ganz komisch das ist glaube ich nur der Hintergrund ich weiß auch nicht der Nebel macht komische Dinge fuck you die Sniper macht irgendwie Spaß wenn man gegen PC Viecher spielt ich mach zwar gar nichts man kann halt auch treffen weißt du weil die bewegt sich nicht viel ja so Alter und sind noch Eiers was denn der stirbt jetzt Alter ich hab den hab ich getroffen Eiers bringen jetzt auch nichts der ist wirklich gestorben so schön wieder alles markieren alles klar ich kann ja Dinge sehen schon wer wie war das mit wir machen grad voll das commentary zeug oh ich weiß nicht wir sind einfach überfordert mit der Sniper und den Begebenheiten wir sind überfordert mit den physikalischen Begebenheiten unter Wasser also werfen wir es ins Feuer korrekt was oh hier ist eine Salmonella sorry for the Salmonella was der ist eigentlich mit der Sniper voll geil muss ich sagen wenn man nicht behindert ist oh soweit wie die Sniper gott nicht so weit ist wie verarschen aber der erwischt mich du bist schon wieder tot ach nein das war nicht mal Markus holt die Eiers oh Leute ich weiß nicht ob ich verarscht ihr seid alle tot ja ja okay gegen die Minis hast du nicht viel Chance glaube ich das ist das scheiße ahhhh ich will hier weg oh Markus bringt das Ei weg also der ist wirklich lieber nein Marci ist besser Marci ist sowieso besser das ist eh klar ja das ist klar ja hier ist dieses aber Markus hat glaube ich die ganze Zeit das Ei gibt es nicht ab ja ah das sterb doch hab ihn wir haben hier ganz viele Eiers und Uldra Sniper Laser bitte ja ich muss hier weg da drüben sind ganz viele Eiers oh das Wasser da geht zu dir Markus der hat Eiers ihr Mongo ich bin in den Wasser gesprungen ich bin da Hilfe ja danke ich bin da Hilfe ja danke ich bin da ich bin da ich bin da ah ah Markus hat die ganze Zeit ein Ei Alter würde ich hier ein Chat geben würde ich hier jetzt auch sterbste beleidigen müssen der Typ ist komplett nutzlos oh jetzt macht er was oder er ist einfach nur schlecht ich dachte er macht das mit Absicht also ich sei nicht schuld dass er hinterlässt kann die Granate eigentlich das Ding bewegen? äh ja nice cool oh das war wieder Wasser ja klar das spielst mit mir ich bin ein Oberprofi bei mir gehen die Matches dreimal schnell vorbei ja stimmt jetzt schau dir an schau dir an schau dir an geschafft schau dir an schau dir an schau dir an und das trotz Markus dürfen jetzt endlich sehen wer wieviel Eier hatte hm 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 scheiße easy und ich bin nicht gestorben als einziger wow als einziges du warst aber unserer Beste in den Herzen ok ja ich weiß pfff oh man wie gotta step it up step it up step it up step it up ja und du kackt du kattest das hier jetzt raus oder was ich schon so ein Schimmler schau dir ihn an vielleicht cut ich es auch raus ich weiß es nicht wahrscheinlich nicht weiß nicht ach da der xv fighter x junge der gewinnt schau mal der hat ein v im Namen ist das heißt es heißt es 15 fighter 10 oder x 5 fighter 10 so werden schon wer sich noch um den namen unseres kollegen gedanken macht sind wir in der nächsten runde schaltet gleich schon wer ein weil der cuttet wahrscheinlich die zwischenlinge gar nicht raus und wir scheiße labern immer scheiße korrekt aber aber ich hab die gute uli scheiße also ich hab die sniper jetzt nicht so geil ich wär gern mit der sniper halbwegs ok ich wär so gern zu hause in texas bei mir unten ist so die schlange weil dann hasst mich jeder ich hab die schlange gekillt geil ja die sniper ist voll geil im salmoniten run salmoniten nehm ich mit na du Hure so ein Arschort Arschlort ja das sind halt die leute die in dem spiel schlecht sind die wissen nicht dass es hier um tierarbeit geht ja genau wenn wir jemanden nicht mitnehmen dann ist das mit absicht richtig wir wissen nämlich dass die einfach nur alles kaputt machen werden ja korrekt ich will auch ein Ei wie äh hoch fettis ich komm mit wohin oh jetzt hat einfach oh jetzt weiß ich wohin ich will auch mal den scheiß Dingsbums da ich musste gerade beide Dinger selber machen sind ganz viele Eiers Eiers ja ich will mal den Eimer aber krieg ich den Eimer nicht fuck you ich hab auch was mir egal weg hier aber wir haben es eh schon längst geschafft ich will aber mehr Punkte mehr Punkte die sind immer alle die sind immer alle zu der nein der dahinter ist auch verreckt was oh hey okay hinter dir easy und das war's schon ne nein bleib die das hat mich weggesniped habt ihr es gesehen von Absicht endlich ist es einmal nicht mehr okay einmal einmal das ist okay Standard ist schön Eimer wow Eimer 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 oh hoffentlich reichen drei Granaten aber hey ich hab keins was soll ich finde es unfair ich will die Eier jetzt habe ich weniger Punkte als der anderen ist mir schlecht ja kommt drauf an ob der die Eier auch abliefert das kann ich eigentlich auch aufgeben schon ich disconnect da einfach Boss Almonide steht irgendwo dran wo oh hier bei mir hinter dir nice gib mir das Ei ok guter Touchdown schon wer Touchdown oh Boss Almonide äh das ist mein Ei nein da ist auch ja und weg hier weißt du es geht mir nur um die Punkte die Map ist eigentlich ganz cool mit den Dinger hier ist übrigens noch ne weiter Übersagen ich mag die Map nicht so preis ich finde die anderen Maps sind coole gewesen ja die ist so ein bisschen kompakt es gab eine Map die war besonders scheiße da finde ich die hier auf jeden Fall besser die besonders scheiße habe ich glaube ich nicht gespielt hier sind zwei Eier hier ist ein fett boy fett boy tot scheiße so dann haben wir diese Runde doch auch easy peasy geschaffen wie gesagt warst du schon ne oh schnippo wobei die besser ist als der Eimer für mich mit einmal kann ich nicht so sehr und es wird dunkel natürlich in der schnippo und das ist schlecht was die Snippo jetzt ja dunkel ist schlecht nicht die Crills wobei vielleicht sind die auf der Map easier wegen den Dingern oh shit ich kann nicht zählen wenn das Nasen hinzug damit da schieß jetzt oh nice schon mehr die Snippo macht auf jeden Fall ihren Dammit ist hier gerade echt jemand gestorben ich weiß es nicht nicht wiederbeleben ich will das ein scheiße flucht nein fucking ah ich hasse es ich ziehe es im Grillen Arsch er will mich das ist okay lauf einfach weg es ist nicht so einfach hier ist überall Tinte und ich kann nichts einmarkieren das stinkt ihr Arsch wir sind überall Minimäus und die hasse ich ich Ruhe du weh ich nicht umdrehen ja was soll ich machen wo soll ich hin da will ich dir danach Töne die jetzt ist er offen oh wieso haben wir nur zwei Eier vom letzten Grill abgegeben weiß ich nicht ich bin nur zufrieden auf Ende geht der Killgrill auf Elisa und Elisa hat den am besten zu mir oh der hat sich so viel Kleine die Sniper ist hier so schämlich ich bin tot oh ich werde von einer anvisiert ich bin links unten er füllt die Quote und rennt weil die Welle scheiße ist chelps 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 wiederbelebe mich ja abgeben ich bin weg ja und weg hier oh heulige Schimmelkäse so easy würde ich sagen oh ich werde immer noch angelasert jetzt nicht mehr also ich bin kein Fan von der Sniper hier komisch he ja weil wow wow schlechteste Waffe im Spiel also gesellschaftlich das geht nicht mehr ja ist echt hoch oh wir waren zu schlecht cool das ist natürlich immer schön ja easy Lehrling oh ich habe eine Belohnung nice machen wir noch eine Runde ja ok eine noch eine noch für die für die für die Länge des Videos ok weil du schneidest raus sonst war dir ja nur 7 Minuten fast minus 12 oh guck mal wer will nicht mit Bibi und Nino spielen ich der eine hat sein Name klein geschrieben ja der ist aber auch kleine Geiste huiii alle guten Dinge sind 3 außer man hat 3 schon werf Räucherwerk das Räucherwerk ist nicht gut wo wird hier denn geräuchert bitte äh Fisch nice die Sniper die wollte ich echt ja wieso nicht ist doch die beste Waffe im Spiel richtig aber falsch ich meine wenn man Hass verbreiten will ok da kann ich nicht widersprechen Boss Salmonie Nino fährt für mich ein weil ich kann das nicht ich auch nicht und ich habe eine kann ich nochmal zu mir rufen wenn er sein Ei macht habe ich ihn schon amüsiert ich habe nicht getroffen das war natürlich jetzt nicht sehr gut es bewegt sich schon wieder von selber das ist das mit der Sniper recht und geil aber halt nicht aber ich kann nicht verstehen Gott verdammt da hat er voll die Zukunft Ted ich glaube ich kann gar nicht so weit schießen das ist einer diese kleinen Kackviecher ist noch schlecht egal erfüllen wir einfach die Quote dann müssen wir nie wieder ich glaube aber die Kamera bewegt sich von selber zur Zeit das ist uncool haaa ich hab das Ei hast du jetzt schon deinen Bluetooth beziehungsweise eine Kontrolle kaputt gemacht das bewegt sich ganz langsam von selber benutzt du Pro Controller nein habe ich nicht da ist erklärt alles ich disconnecte was ich disconnecte mit dir spiele ich nicht mehr du stinkst aus nach Maggi Leute 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 ich bin nächstes nicht mit Absicht sondern halt mit Außersehen Land das Internetzweck Leute hier ist einer den krieg ich nicht oh das ist doof das ist ein bisschen loslos kann ich da reinschießen ja hm verdammt fuck am Ende nur noch schnell weg bevor irgendwas explodiert und man tot ist so man sieht eindeutig dass sich das bewegt das mag ich nicht still als einen dingsten was habe ich jetzt muss ich mir doch mal einen Pro Controller holen ja Pro Controller ist besteh der ist voll gut wie viel kostet denn der so viel 70 Euro ja ist das Problem was so viel wie ein Spiel aber die Akkuleistung ist voll gut ja aber bringt mir nichts doch ein guter Controller Töten 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 oh wir müssen gleich die Dinger benutzen das macht mich traurig oh so wo ist der nächste da hinten nein doch nicht der hat einfach so so eingesetzt ist es ja und wie so nicht mal aussehen das war absichtlich um kleine Dinger zu töten das ist natürlich sehr gut finde ich nicht okay was ist denn bei Bibi bei Bibi bei dem Tunus ich komme bei Bibi sind zwei verdammt B2 oh jetzt wird voll vernichtet indem wir einfach nur die Quote erfüllen und uns freuen jetzt fehlt noch einer der will glauben james james mir drickscidos Wilson ohne Kugels Habe ich ihn gekillt ja so man hört immer dieses dude von allen seiten das hilft nicht voll gut daneben gesniped aber gib mir das ja und weg oh ja ich glaube ich scheiße die range ist gerade mal so doof genug das sind unnützes man ich weiß es nicht die switch ist ganz cool aber sie ist von der qualität her um einiges schlechter als die vorherigen konsolen wie die nx ja genau nein nein ernsthaft normalerweise hat nintendo echt super geile qualität verarbeitungsqualität und so aber die switch ist irgendwie komisch manche sagen so gut manche voll schimmelig hier ist er ich weiß ich kann es sowieso ein phänomen ich habe die chance glaube ich noch nie so doch ich habe sie benutzt du bist du bist ja ich habe wiederbelebt könnte man nennen ja werde ich sterben und beschützt hat andere man muss weg rennen und das einfach sein lassen richtig ein und einlassen und ein sprung richtig wenn da schon wäre dann voll neu ist nicht ohne bg wurde will ich ganz ehrlich sagen auch ganz ehrlich sagen eigentlich wollte ich dich stehen lassen weil du stehst ein bisschen noch mal da das turm angriff da hinten hier zwar weg da ruft jemand kann es sein dass es immer gestorben ist und ich glaube hier hin weil hier gibt es ja die war bei 21 easy ich weiß es nicht ist die weltweite wasser wasser hätte mich 40 also wie war das wir machen hier einmal ist und dann und dann haben wir kein bock mal weil die map kacke ist oder so richtig ja weil das richtig gerade echt geht aber ja ich war nicht nutzlos wir beiden beide nicht nutzlos nur die andere ja ja dann würde ich sagen falls euch diese folge gefallen hat dann noch bitte positiv wir haben die haben die zwei nächsten mal wieder raus bei 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 bei